Alien Isolation Als Amanda Ripley, die Tochter der bekannten Forscherin und Alienkennerin, begeben wir uns auf die nahezu verlassene Raumstation Sebastopol. Was als Versuch mehr über den Verbleib der Mutter herauszufinden beginnt, entpuppt sich schon bald als ein äußerst gefährliches Unterfangen. Schon bei der Ankunft stellen wir fest, dass diese Mission unter einem schlechten Stern steht, denn wir verlieren unsere beiden Begleiter noch vor dem Betreten der Station. Auf unserem Weg durch diese begegnen uns neben schlecht gelaunten ehemaligen Mitarbeitern, Androiden und leider auch der titelgebende und gefürchtete Xenomorph. Ein Alien, der nicht grundlos furchterregend aussieht. Und so tritt die ursprüngliche Motivation, Informationen über Mutti zu finden, schnell in den Hintergrund und weicht dem ursprünglichsten aller Antriebe. Überleben. Durch viele Lockfalls und Tonbänder erfahren wir etwas über die Hintergründe der Raumstation und mit welchen Problemen sich deren Mitarbeiter rumschlagen mussten. Das trägt zur allgemein dichten Atmosphäre bei und vermittelt uns den Charme des doch eher gemächlichen ersten Teils der Alien-Filmreihe. Die Formel von Alien Isolation lautet ebenfalls, subtiler Horror statt großer Action und diese entfaltet durchaus eindrucksvoll ihre Wirkung. Auch unsere Spielweise folgt meist einem ruhigeren Tempo. Hauptsächlich sind wir damit beschäftigt, Tore zu öffnen, Systeme zu überbrücken und den richtigen Weg zu suchen. Doch die Angst vor einer unliebsamen Begegnung hängt uns ständig im Nacken und macht jedes Betreten eines neuen Raums zu einer adrenalin-geladenen Situation. Um diese besser zu überstehen, nutzen wir gefundene Baupläne und Verbrauchsgegenstände und basteln uns allerhand nützliche Gadgets. Doch auch wenn wir uns hin und wieder bewaffnen, steht die Ablenkung und das Vermeiden von Gegnern im Vordergrund. Denn nicht selten enden direkte Konfrontationen tödlich für uns. Dieser Umstand versetzt uns durchgehend in Alarmbereitschaft und unterstützt die dichte Atmosphäre. Jeder noch so kleine Fehler kann tödlich enden. Die Tatsache, dass wir längere Zeit brauchen, um uns zu verarzten und das Spiel nicht pausieren können, wenn wir etwas basteln, lässt uns kaum Zeit zum Durchatmen. Und wer sich noch nicht genug ruselt, dem reicht oftmals ein Blick auf den Bewegungsmelder. Auch wenn es generell nicht viel zu tun gibt und die Puzzles eher rar gestreut sind, wird das Spiel nicht langweilig. Zu stark ist der eigene Überlebenswille, als dass man sich darüber beschweren könnte, nichts zu tun zu haben. Am Leben zu bleiben, kann schon mal zu einem Fulltime-Job werden. Grundsätzlich sieht Alien Isolation super aus und sämtliche Designentscheidungen tragen zur Atmosphäre bei. Besonders der Xenomorph und die Androiden haben eine ganz eigene Art Horror zu vermitteln. Leider ist technisch nicht alles perfekt, was sich besonders in Framerate-Einbrüchen während Cutscenes zeigt und auch hier und da mal durch schwebende Gegenstände. Diese sind nicht auf eine Anomalie, sondern auf einen Fehler in der Programmierung zurückzuführen. Ansonsten kann man dem Spiel optisch nichts vorwerfen. Und was die Akustik angeht, bleiben keine Wünsche offen. Allein die musikalische Untermalung versetzt uns schon in konstantes Unwohlsein. Und wenn dann noch nicht identifizierbare Geräusche aus irgendeiner Richtung erklingen, ist die Anspannung perfekt. Was in den Alienfilmen bereits ein wichtiges Stilmittel war, kommt auch in Isolation nicht zu kurz. Nach unserem ca. 15-stündigen Horrortrip durch die verlassene Raumstation Sevastopol haben wir die Möglichkeit, uns im Überlebensmodus ein weiteres Mal gruseln zu lassen. Verknappte Ressourcen, aufmerksamere und vor allem tödlichere Gegner machen uns im zweiten Durchlauf das Leben spürbar schwerer und gewähren nur den Nervenstärksten unter uns ein Erfolgserlebnis. Wer die ultimative Herausforderung sucht, der wird hier sicherlich nicht enttäuscht sein. Doch wie auf dem normalen Schwierigkeitsstufen müssen geneigte Spieler auch hier viel Geduld mitbringen. Besonders wenn der Horror der ersten Spielstunden sich langsam zu legen droht, kann es vorkommen, dass aus Vorsicht warten wird. Wenn es ein Alien-Spiel bisher geschafft hat, die Atmosphäre und den subtilen Horror des ersten Alien-Films rüberzubringen, dann ist das mit Sicherheit Alien Isolation. Die Hilflosigkeiten, das ständige Gefühl, ausgeliefert zu sein, fesseln uns selbst in ruhigeren Passagen und sorgen durchgehend für Spannung. Die Tatsache, dass hinter jeder Tür und um jede Ecke der Tod auf uns warten könnte, bietet genau diese Art von Horror, die den ersten Alien-Film so berühmt gemacht hat. Fans würden sich eventuell über mehr Aliens freuen, dürften sich aber durch die sagenhafte Atmosphäre ordentlich getröstet fühlen. Wer Angst im Dunkeln hat und sich lieber gegen Gegner wehrt, anstatt sie zu meiden, man sollte diesen Titel auslassen. Horror-Enthusiasten können mit Alien Isolation eigentlich nichts falsch machen.